Amul war eine bedeutende Handelsstadt an der Seidenstraße, in der Mongolen und Araber um die Vorherrschaft kämpften. Auf dem Markt, im Palast und auf dem Basar holt ihr wertvolle Handelsgüter zu euch und die eine oder andere Person wird euch ebenfalls zu Punkten verhelfen. Je nach Spielerzahl wird eine fest vorgegebene Anzahl an Palastkarten ausgelegt, das gleiche macht ihr mit den Basarkarten. Diese Karten können gleich von allen Spielern erworben werden. Dann wird der Stapel mit den Marktkarten vorbereitet. Auch hier wird eine fest vorgegebene Anzahl an Karten verwendet. Je mehr Spieler mitspielen, umso mehr Karten kommen ins Spiel. Fünf Karten davon zieht jeder Spieler auf die Hand. Wie die einzelnen Kartentypen genau funktionieren, erkläre ich euch gleich. Gespielt werden insgesamt neun Runden. Die Rundenkarte zeigt immer an, in welcher Runde wir uns gerade befinden. Zu Beginn jeder Runde zieht jeder Spieler dann eine weitere Karte vom Markt-Nachziehstapel auf die Hand, sodass jeder Spieler dann sechs Karten zur Auswahl besitzt. Je nach Spielerzahl werden nun noch Karten offen in den Markt gelegt. Bei drei Spielern ist das eine Karte. Ab fünf Spielern sind das drei Karten. Wir spielen hier zu viert. Da werden zwei Karten in die Mitte gelegt. Das ist ein öffentliches Angebot an alle Spieler. Weitere Karten fügen nun die Spieler hinzu, nämlich genau eine aus ihrer Hand. Die Karten zeigen dabei unterschiedliche Symbole. Als erstes sollten wir auf jeden Fall beachten, ob hier unten links in der Ecke ein Tisch oder eine Hand zu sehen ist. Karten, die während des Spiels in die eigene Auslage gespielt werden, müssen einen Tisch aufweisen. Spielt ein Spieler hingegen eine Karte mit einer Hand in seine eigene Auslage, so wird diese während des Spiels funktionslos abgeworfen. Das sollte also vermieden werden. Am Ende des Spiels, also nach der neunten Runde hingegen, darf jeder Spieler noch sämtliche Karten, die ein Handsymbol zeigen, kostenlos in die eigene Auslage legen. Karten, die zu diesem Zeitpunkt ein Tischsymbol auf der Hand zeigen, die müssen dann ebenfalls funktionslos abgeworfen werden. Heißt also, im Spiel immer Karten mit Tischsymbol ausspielen. Am Ende des Spiels möglichst viele Karten mit Handsymbol auf der Hand besitzen. Auf diese Weise gehen dann sämtliche Karten in die Wertung ein. Dann gibt es hier noch weitere Symbole. Es gibt dann Karten, die sind abhängig von anderen Spielern. Dazu betrachten wir mal die Symbole hier auf der rechten Seite. Diese Karte bringt mir beispielsweise einen Punkt für jedes grüne Symbol, allerdings nicht auf Karten, die bei mir liegen, sondern die beiden Pfeile zeigen hier an, dass das nur für Karten gilt, die bei meinem linken oder rechten Nachbar ausliegen. Die entsprechenden Symbole, die für die Punkte notwendig sind, finden wir dann wiederum oben links auf den Karten. Diese Pfeile können auch anders aussehen, wie hier auf der zweiten Karte. Hier beispielsweise bekomme ich einen Punkt für jedes Juwel, das bei mir liegt, denn der Pfeil zeigt nach unten, aber auch zusätzlich für jedes Juwel, das bei meinem linken oder rechten Nachbarn ausliegt, denn das andere Symbol kennt ihr ja schon. Wenn die Pfeile in alle Richtungen zeigen, wird geschaut, wie viele Karten dieser Art liegen am Ende bei allen Spielern aus. Die entsprechende Anzahl bestimmt dann die Punkte, die es für jede Karte gibt, die bei mir in meiner eigenen Auslage liegt. Während mir die Militärkarte hier beispielsweise gar keine Punkte am Spielende einbringt, würde diese Karte hier mit dem Pfeil nach unten nur für mich selbst gelten. Hier würde ich beispielsweise sieben Punkte erhalten, allerdings unter der Voraussetzung, dass ich kein einziges Mongolen-Symbol ausgespielt habe. Befindet sich auch nur eine einzige Karte mit so einem Symbol in meiner Auslage, ist diese Karte auf einmal null Punkte wert. Die Araber- und Mongolen-Symbole sind dann auch am Spielende noch einmal für eine Mehrheitenwertung wichtig. Wer die meisten Symbole gesammelt hat, bekommt dann auch noch einmal die meisten Punkte in dieser Wertung. Ziel des Spiels ist es also, möglichst viele und möglichst punkteträchtige Kombinationen an Karten in die eigene Auslage zu bekommen. Um zusätzliche Karten vom Palast oder vom Bazar auslegen zu dürfen, muss ich so eine Karte mit so einem Kartentext ausspielen. Mache ich dies, habe ich dann die Auswahl aus den noch verfügbar offen ausliegenden Karten. Wir beginnen die erste Runde. Der erste Spieler bekommt diese erste Wahlkarte. Das heißt, er ist als Erster am Zug bei der Kartenauswahl. Im späteren Spielverlauf schieben sich dann jedoch die Spieler davor, die Militär in ihrer Auslage besitzen. Je stärker man sich im Militär engagiert, umso eher ist man an der Reihe. Danach folgen dann immer alle anderen Spieler ausgehend von der Position, an der sich gerade die Karte befindet. Die wird nach jeder Runde um eine Position weitergereicht. Doch noch können wir keine Handkarten ausspielen, denn es erfolgt erst einmal einen Zwischenschritt. Jeder Spieler wählt nun eine Karte von seiner Hand, die er als allgemeines Angebot in den Markt legt. Zunächst einmal verdeckt. Das machen alle Spieler gleichzeitig. So liegen dann im Markt bei vier Spielern insgesamt vier verdeckte Karten plus eben die zwei offenen. Hat jeder Spieler eine Karte hinzugelegt, werden alle Karten aufgedeckt. Der erste Spieler am Zug hat also nun die Wahl aus den sechs offen ausliegenden Karten. Von diesen Karten darf sich der Spieler genau eine Karte aussuchen, die er zurück auf seine Hand nimmt. Das kann die eben gespielte Karte sein, die er selber dort hingelegt hat. Das kann aber auch eine andere Karte sein. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, das Ausspielen von Karten in den Markt, also dieser Zwischenschritt, ist nicht zu verwechseln mit dem Ausspielen von Karten in die eigene Auslage. In den Markt darf ich durchaus auch während des Spiels Karten mit einer Hand ablegen und die dürfen auch von den anderen Spielern oder von mir selbst wieder aufgenommen werden. Das alles ist nämlich nur eine Vorbereitung für den Hauptschritt in jeder Runde. Der erfolgt nämlich jetzt. Jeder Spieler hat nun wieder eine Karte zurück auf die Hand genommen, besitzt also jetzt wieder sechs Handkarten und von diesen spielt jeder Spieler nun eine Karte in seine Auslage. Und jetzt gilt die Regel, die ich zuvor schon beschrieben hatte. Jetzt sollte jeder Spieler eine Karte mit einem Tisch ausspielen. Würde nämlich jetzt eine Karte mit einer Hand ausgespielt, würde diese funktionslos abgeworfen und das möchte er niemand. Ich wähle diese Militärkarte. Sie bringt mir zwar null Punkte, bringt mich aber gleich in der Spielerreihenfolge nach vorn. Spieler zwei wählt diese Gewürzkarte, Spieler drei spielt ebenfalls eine Militärkarte und Spieler vier entscheidet sich hier für diese Silberkarte. Damit ist die Runde abgeschlossen und wir spielen auch direkt Runde zwei. Die erste Wahlkarte, also die Karte, die bestimmt, wer gleich als erster eine Karte auswählen darf, die wird nun um eine Position nach links weitergegeben. Jeder Spieler zieht nun eine neue Karte vom Nachziehstapel auf die Hand, besitzt also jetzt wieder sechs Handkarten. Zwei neue Karten werden vom Stapel offen in den Markt gelegt. Jeder Spieler wählt nun von seinen sechs Handkarten wieder eine Karte aus, die er den Marktkarten hinzufügt. Das machen wieder alle Spieler gleichzeitig, das heißt, alle Spieler spielen eine Karte verdeckt in die Mitte. Noch einmal zur Klarstellung. Das können jetzt sowohl Karten sein mit einem Tisch oder einer Hand. Was hier in die Mitte gelegt wird, ist den Spielern vollkommen freigestellt. Die in die Mitte gespielten Karten werden danach dann wieder aufgedeckt. So ist dann wieder eine neue Auslage dort mit sechs Karten, die die Spieler zur Auswahl haben. Jetzt ist der Blick auf die erste Wahlkarte entscheidend. Zwar dürfte sich dieser Spieler natürlich eigentlich als erster eine Karte nehmen, allerdings schiebt sich das Militär davor und das dann auch noch in Abhängigkeit der Buchstaben, die die Militärkarten zeigen. Ich besitze hier die Wache mit einem A. Das heißt, ich schiebe mich auf jeden Fall an die erste Stelle. So darf ich mir jetzt nun als erster eine Karte aussuchen, die ich auf die Hand nehme. Diese Porzellankarte hier würde mir am Spielende zwei Punkte bringen, allerdings neun, wenn ich zwei Karten davon besitze. Also nehme ich mir doch das zweite Porzellan hier aus der Mitte. Außerdem besitzt die Karte noch einen besonderen Vorteil, denn sie zeigt sowohl das Tisch als auch das Handsymbol. Das heißt, ich muss diese Karten während des Spiels gar nicht als Extraaktion ausspielen, sondern kann sie einfach am Spielende auslegen. Entsprechend der Spielereihenfolge, die eben durch Militär bzw. die erste Wahlkarte festgelegt wird, entscheiden sich nun alle anderen Spieler ebenfalls wieder für eine Karte, die sie auf die Hand nehmen. Zwei Marktkarten bleiben übrig. Solche Marktkarten werden dann aus dem Spiel genommen, sofern kein Spieler eine Spezialkarte besitzt, die ihm noch einen Zugriff auf diese Karten gewährt. Jetzt folgt der übliche Ablauf, das heißt, ich wähle eine Karte verdeckt aus, spiele sie dann aus, sobald alle Spieler sich für eine Karte entschieden haben und lege sie offen in meine Auslage, sofern sie ein Tischsymbol zeigt. Diese Karte hier erlaubt es mir dann, eine zusätzliche Karte aus dem Palast auszuwählen und sie direkt in meine Auslage zu legen. So wähle ich beispielsweise dann hier diese blaue Karte, das ist eine Lampe. Sie bringt mir drei Punkte und in Kombination mit einer anderen Karte sogar noch extra Punkte dazu gleich mehr. Die Karte wird dann einfach meinen Karten hinzugefügt. Vom Prinzip genauso funktionieren dann auch diese grünen Vertragskarten, nur darf sich der Spieler, der so eine Karte ausspielt, dann eine Karte vom Bazar nehmen. Das sind Karten, die am Spielende Punkte bringen. Erst einmal 0, aber 6 Punkte, wenn eine entsprechende Kartenkombination, die hier rechts auf der Karte angegeben ist, am Spielende vor dem Spieler liegt. Dieser Spieler sollte sich also beispielsweise um Gewürz, Kamel und Gold kümmern. Sämtliche Runden werden also immer nach dem gleichen Ablauf gespielt. Eine Karte ziehen, eine Karte in den Markt legen, eine Karte aus dem Markt auf die Hand nehmen und eine Karte auslegen. Das geht dann insgesamt über neun Runden. Nach Runde neun besitzt also dann jeder Spieler eine individuelle Auslage an Karten. Nun werden noch die übrigen Handkarten betrachtet. Alle Karten, die jetzt nur einen Tisch zeigen, werden funktionslos abgeworfen. Alle Karten, die das Handsymbol zeigen, auch in Kombination mit einem Tisch, werden nun noch kostenlos in die eigene Auslage gelegt. Das ist jetzt die Auslage, die für die Wertung wichtig ist. Zunächst werden die Karten nach ihren Farben gewertet. Zum Beispiel zunächst die gelben Karten. Hier wird geschaut, welche Sets ich hier beispielsweise gebildet habe. Hier oben links besitze ich zweimal Gewürz. Das bringt mir dann entsprechend die rechte Punktezahl. Die größere der beiden möglichen Punktezahlen erhalte ich auch beim Porzellan, denn ich habe hier ein Zweierset zusammengebracht. Manche Karten haben dann auch noch solche Abhängigkeiten wie dieses Öl hier. Das wird mir nämlich drei Punkte bringen, allerdings fünf mit einer Lampe und die besitze ich. Also erhalte ich hier die fünf Punkte. Nach und nach werden alle Kartenfarben auf diese Weise gewertet. Hier beispielsweise die lilafarbenen Karten. Die Karte oben links bringt mir acht Punkte, zieht aber zwei Punkte ab für jedes Gold, das sich bei meinem linken oder rechten Nachbarn befindet. Die Karte darunter bringt mir zwei Punkte für jedes Militärsymbol, was ich besitze. Die Karte rechts daneben einen Punkt für jedes grüne Symbol, das ich selber besitze. So werte ich also dann nach und nach sämtliche Karten. Dann schaue ich mir noch die Bazaarkarten an, die ich gegebenenfalls besitze. Habe ich eine entsprechende Kombination an Karten, die dort gefordert werden in meiner Auslage, so bekomme ich dann die sechs Punkte. Und zum Schluss werden, wie gesagt, noch die Mehrheiten gewertet. Hier wird dann einfach geschaut, wie viele Mongolen und Araber-Symbole jeder Spieler in seiner Auslage besitzt. Die Spieler bekommen dann Punkte entsprechend ihrer Platzierung. Bei einem Gleichstand teilen sich die Spieler den jeweils schlechteren Platz. Alle Punkte werden dann addiert und der Spieler, der auf diese Weise dann die meisten Punkte auf sich vereinen konnte, ist der Sieger von Amul. Als kleine Variante gibt es dann noch diese T-Karten. Werden sie in den Stapel gemischt, werden nicht mehr sämtliche Karten sicher ausgespielt, das heißt, es gibt eine kleine Unbekannte im Spiel. Ich finde, Amul erinnert vom Spirit ein wenig an Seven Wonders, spielt sich aber dann doch komplett anders. Das Tolle, das Spiel kann mit bis zu acht Spielern gespielt werden, aber auch zu dritt funktioniert es durch eine entsprechend gut strukturierte Kartenanpassung. Die Regeln sind simpel. Karte ziehen, Karte von der Hand in den Markt legen, Reihe um eine Karte zurück auf die Hand nehmen und dann eine Karte ausspielen, das ganze neun Runden lang. Das ist schnell verstanden und auch recht schnell gespielt und dabei angenehm taktisch, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an Punkte zu gelangen. Da gilt es dann abzuwägen, welches die besten Kombinationen sind. Das kann am Anfang auch schon mal ein wenig überfordern, denn man muss viele Symbole auf einmal überblicken. Trickreich finde ich den Mechanismus, dass während des Spiels nur Karten mit Tischsymbol ins Spiel gebracht werden können, am Spielende aber nur Karten mit Handsymbol. Das erfordert ein gutes Kartenmanagement. Auf lange Sicht wünscht man sich dann allerdings noch mehr Varianz in den Karten, das Spiel bietet sich aber für künftige Erweiterungen geradezu an. Am besten finde ich es wohl mit 5 Spielern, da dann eine entsprechende Kartenauswahl im Spiel ist, die Downtime aber noch nicht so hoch wie mit 8 Spielern. Zudem ist die Endauswertung auch ein wenig langwierig. Im Durchschnitt springen bei mir 7 gute Kultpunkte heraus, je nach Spielerzahl mit der Tendenz zu einem Punkt mehr oder weniger. Die ausführliche Rezension zu diesem Spiel findet ihr auf spielkult.de. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.